Musik Jo Leute und herzlich willkommen zu einer verspäteten Aufnahme auf dem Kanal Moritz12324 Und Leute, hört ihr gerade, es ist einfach kein PC im Hintergrund und ich werde das jetzt einfach mal ganz kurz nicht Audio Correction machen, damit ihr einfach mal wisst, wie mein Mikro sich in Wirklichkeit anhört. Und jetzt gleich wird wahrscheinlich im Laufe der Aufnahme die Audio Correction wieder angehen. Und wir spielen Cheap Quest, Leute, ja. Das ist eigentlich sau witzig, das Spiel, muss ich sagen. Und jo, ja, jetzt fängt mein PC wieder an zu rauschen. Na gut, kann man nicht ändern. Und ja, ich erkläre euch jetzt einfach mal ganz kurz, was man hier machen muss. Und zwar hier mit den Sätteln. Ich habe ein Schaf, ich habe ein Schaf, ich habe ein Schaf. Hier hat mir jemand das Schaf geklaut. Nein. Es bringt doch nichts, uns anzugreifen, mein Freund. Und vor allem, weil ich besser bin als du. Aha, mit Spaß. Okay, okay, okay. Check this out. Mann, Alter. Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal richtig scheiße. Und man respawnt erst nach Zeit. Und jetzt erkläre ich euch auch noch, warum das Video heute so ein bisschen später kommt. Und zwar liegt das daran, dass ich heute einfach die ganze Zeit beim Skatepark war. Oder einfach draußen war oder was weiß ich. So, Junge, es reicht hier langsam. Mann, ey. Alter, diese... Die Bögen sind echt OP, Mann. Nee, 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 nee. Wenn du das nicht... Wenn ich das nicht bekomme, dann bekommt das keiner. Leute. Alter, ey. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach zu Red und klaue den. So, jetzt rastet mein PC wieder aus. Finde ich gut. Ist ja wieder alter Standard hier. Oh, ich bin so froh, wenn ich mein neues PC bekomme, Leute. Alter, nee, 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 nee. Ganz ruhig hier, ganz gechillt. So, die haben wir. Nö, 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 nö. Alter, was haben die Eisenschwerter, Mann? Leute, könnt ihr mal aus meinem Team cool und gut sein? Na, 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 na. Das können die nicht. Die sind dazu zu doof. Nein, Spaß. Okay. Oh, ja. Kriegen wir, das kriegen wir, das kriegen wir. Easy gedreckt. Okay, Beschützer scharf. Beschützer scharf. Und ich passe jetzt hier. Oh, nein. Er ist halt ein Eisenschwert. Aber hier. Es liegt hier nicht daran, was für Schwerter man hat. Was? Was macht der Typ? Hallo? Bist du irgendwie dumm? Bist du irgendwie geistig gestört? Ich dachte schon, Alter. Okay. Oh, nein. Nein, nein, nein. Lass es ruhig jetzt hier, Leute. Das ist unser Scharf. Das ist unser Scharf. Und zwar sowas von... Oh, Mann, Alter. Nein. Jetzt rennt er mit dem... Was? Und die juckt es einfach nicht. Ich gehe jetzt zu rot. Oh, die wollen klauen, hier. Das wird nichts. Den hardet, Alter. Okay. Läuft auf jeden Fall nicht bei denen. Hä, jetzt haben die gar keine Schafe mehr? Läuft bei denen. Also, es geht hier auf jeden Fall die ganze Zeit hin und her. Okay, 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 okay. Ich beschütze dich. Stirb. Lauf doch. Lauf, lau... Dann laufe ich halt. Alter, das ist so ein kleiner Bug hier noch in dem Spiel. So, gut. Jetzt sind wir vorne. Ja, gut. Nicht vorne, aber... Wir sind einer der... der tohlen Leute. Und den scheiß Bugenschissen, auf den können wir verzichten. Auf den auch. So. Nein, nein, nein. Alter. Das ist unser Schaf. Okay, das haben wir. Ding. Oh, nein, 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 nein. Ganz ruhig, erzähl mal, Freund. Mein guter Pape... Alter. Klau doch einfach alles, Alter. Ich bin hier, glaube ich, der Einzige, dass der hier überhaupt irgendwie unsere Schafe verteidigt. Okay, der macht's auch. So. Und ja, ich hab grad kurz vergessen, dass ich aufnehme. Und jetzt bin ich aber wieder voll im Business hier. Ähm. Okay, pass auf unsere Schafe, bitte, auf. Danke. Danke. Ich find das so gut, wie scheiße die sind. Schlecht die einfach im PvP. Man sollte den Mund nicht zu voll nehmen, Leute. Ah, nein. Nein. Mann, wieso ist Red so gut? Es regt auf. Ich geh zu Red. Ah, die sind so gut gesaved, leider. Oder? Oh, nee, die sind überhaupt gerade gar nicht gesaved. Bin ich blöd? Okay, Leute. Alles gut. Alles gut. Das ist Sheep Wars, Leute. Man muss... Man muss eine Schafe... Oh, nee, 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 mein Freund. Das kannst du dir schon was von. Abschwenken? Ja, hier, Frieden, ne? Ja, natürlich. Komm, stirb. Nix Frieden. Ja, okay, das ist schon mal safe. Bing. So. Sheep Wars. Eee, bitte einfach sterben. Danke. So. Komm, Schaf. Jetzt ist Zeit zu kommen. Nice. Na, was? Mann. Und ein weiteres Schaf für uns. Nee, mein Glück. Der gute Gelbe hier. Der muss leider drauf gehen. Tut mir leid. Aber du musst jetzt sterben. So. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Nein. Wetten, jetzt kommt ein Schaf. Nein, 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 nein. Komm, komm, komm. Drei Sekunden. Was? Nix Schieb. Ach so, jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, okay, 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 okay. Okay. Mach du's. Okay. Okay. Unser Schaf. Yes. Okay, Leute. Das war eine schmackhafte Runde. Minecraft G-Boss. Und wenn euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Alter, beim ersten Aufwahlversuch ist nice. Lasst eine positive Bewertung da, wenn euch gefallen hat. Und ja, wie gesagt, Playmanity hat noch Probleme oder will den Spielmodus verbessern. Bin ich gespannt drauf, was da jetzt alles noch sich verändern wird. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Ihnen sollt ihr es wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.